so noch mal wunderschönen guten morgen zusammen hier zum nächsten altcoin update heute ist freitag freitag steht für xrp ripple die firma dahinter schauen wir uns mal an was hat der markt gemacht nichts seit dem letzten update video jetzt hat geklingelt ich bin im hintergrund wieder fröhlich am traden schöne setups bei dem ein oder anderen können ja auf jeden fall xrp hat sich nichts getan absolut gar nichts wir befinden uns seit über seit zwei wochen kann man eigentlich jetzt sagen wir finden wir ziehen diese seitwärts range was aber erst einmal gut ist ja auch wenn wir bei bitcoin hier einen kleineren abverkauf gesehen haben hält sich xrp doch sehr stabil ist auch ein stablecoin von daher darf der markt auch stabil sein hier also es ist so in der community ist es so ein lacher seit monaten stablecoin xrp weil er sich einfach gefühlt nicht weil sich gefühlt nichts tut hierbei xrp aber wenn man die ganze bewegung anschaut tut sich doch einiges jetzt schauen wir mal ich habe es ja schon in den letzten oder in den letzten videos gesagt von mir aus kann xrp hier die nächsten jahre verbringen in dieser zone darf bloß nicht signifikant hier drunter brechen beziehungsweise wenn wir auf den tagestein film gehen ja also er darf nicht nachhaltig unter die 36 cent wieder fallen ja das ist sein wichtiges level sage ich schon seit monaten übergeordnet sehen wir hier wir haben hier eine schöne struktur hier eine schöne sequenz ins ziele getragen mit dem camp hier was wichtig ist was gut für den markt ist ist dass wir den bereich deutlich über extendiert haben ja das ziel level haben wir deutlich rausgenommen 12 prozent an der spitze waren das das ist erstmal gut zu deuten ja von der ersten analyse wo ich hier auf diesen kanal gemacht habe die war juni 22 sowas um den dreh herum ja waren wir hier unten noch gekommen ein level und seitdem hat der markt sehr gut gepumpt nach oben ja also 216 prozent an der spitze dafür dass es ins table coin ist war das auch nicht so schlecht ja also auf jeden fall hier es tut sich halt jetzt wieder nichts bei ripple stable coin wie gesagt ihr wisst ihr alle um die thematik bescheid mit der sec ja aber wie gesagt solange sich der markt hier in diesem bereich aufhält ist alles wunderbar alles wunderschön er darf sich hier auch jetzt ewig lang wieder aufhalten er kann dass sie machen dass sie machen dass das 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 von mir aus und dann ab zu dem nun irgendwann mal hoffentlich was auch wichtig ist dass er sich hier wirklich viel kraft auftankt sehr viel kraft war damit wir das hier nach oben durchbrechen können das ist das gesamt korrektur level von dieser abwärts sequenz was ich euch hier eingezeichnet habe ja die haben wir übrigens auch wunderschön gefinisht ja seht ihr mit diesem weg nach unten perfekt ins ziel level getragen was wichtig ist ist dass wir halt hier kraft sammeln dass wir hier drüber schießen und zwar die 76 cent müssen wir dann nachhaltig rausnehmen das geht nur oder es ist gesund für den markt wenn wir uns hier genug sammeln genug käufer in den markt kommen dass danach der durchbruch nach oben auch nachhaltig ist ja wir brauchen keinen pump and dump event so etwas wie das hier ja es ist vollkommen in ordnung jetzt dann haben wir genug kraft hier dieses zu überschießen was auch wichtig war damit für diese heiß hier rausnehmen ja ihr seht wir haben sie rausgenommen deswegen der markt muss sich halt sammeln es funktioniert in der regel nur so dass der markt sich sammelt und dann nachhaltig levels durchbricht der sammeln wenn wir jetzt bei xp nicht diese lange seitwärtsphase gehabt hätten wir waren schon hier durch gestartet nach oben dann wäre es wahrscheinlicher gewesen dass wir komplett hier noch mal runter krachen und hier noch mal auf das 88 2 ja hier runter gehen auf die 32 cent deswegen ist es gut was der markt gemacht das ist langfristig kurzfristig bin ich bei xp ja sowieso draußen mit dem traden also ich kann auch hier noch keine struktur erkennen es ergibt sich hier nichts wir haben hier keine heiß rausgenommen wir machen auch keine lower lows oder sonst irgendwas ihr seht ihr das ist alles korrektiv ja mit higher lows lower lows higher highs intern ja lower highs higher highs also das ist alles eine korrektur was wir hier erleben und wie gesagt der markt darf das hier machen nichts zu machen bei xp hält sich sehr stabil und auch wenn jetzt bitcoin noch mal runter krachen sollte ja und ein neues lohn machen könnte dann hätten wir auch bei xp hier noch platz ja noch mal 20 prozent zu dampen bei bitcoin erwarte ich ja auch noch mal hier können uns gleich anschauen sagen wir gehen auf die 24.000 ungefähr sind 8 prozent es würde xp locker überleben mit seinen 20 prozent wohl noch luft hätte ja wie gesagt auch wenn wir hier bei xp ein neues lohn generieren sollten ist es nicht schlimm so lange wir nicht die 36 cent nachhaltig nach unten durchbrechen sieht alles gut aus für xp und ich würde sagen das war es auch schon mit dem update es gibt nicht viel zu sagen ist halt ein stablecoin so und deswegen war es auch schon mit dem kurzen update video ich hoffe euch gefällt dieser content auf diesem kanal und wenn dem so ist dann lasst du gerne das kostenlose abo da ein kommentar ein like für mich und diesen kanal sehr unterstützen und wir sehen uns höchstwahrscheinlich heute abend zum bitcoin und ethereum update und ich würde sagen das war es dann bis später euer joe macht es gut ciao ciao leute